So, hier ist das ultimative Hunde-Eis und zwar mit Schinkengeschmack. Das hier ist Elvis. Elvis, guck mal, was ich für dich habe. Darf ich mal lecken. Mit Schinkengeschmack. Und? Schmeckt das fein? Elvis schmeckt es und ich probiere es jetzt auch. Das ist ja wie Hundefutter. Pfui, Deibel. Ne. Probiert Hannis aber, mich zu empfehlen. So, jetzt ess nicht so viel. Elvis schmeckt es in diesem Sinne. Mir nicht. Tschüssi. Gemorgen.